Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von ThornsWrench und wer warst du nochmal? Jedi. Habe anscheinend hier irgendwas getan. Ja, das ist... Ich habe natürlich wieder Kommentare bekommen, ich habe sie gelesen und ich habe wahrscheinlich zum größte Teil Erfolg wieder vergessen. Ne, also auf einen kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern und zwar, da war ich nämlich ganz erstaunt. Bis ist jetzt frei, da ist die Hauptkürze des Imperium mit unserem geliebten ehemaligen Antioch und unserem wiederauferstandenen Palpatine, Palpatine und die anderen sind alle immer noch gesperrt, interessant. Ja, weil die halt, ne, das ist so, wow, hi. Ähm, ich werde ihn aber trotzdem jetzt noch nicht angreifen, das hat einen einfachen Grund. Ich möchte dies mit der Viscount tun. Hier braucht aber noch ein bisschen. Und mit unserer neu erstellten Flotte der Neuen Republik, Nebula, Star Defender, Star Defender, und hier kommen die, äh, genau. Hier kommen die Endurance-Class, das sind Carrier und ein paar mehr von den Nebels, das will ich nicht, die da. Ich finde es ja interessant, dass der MC-90 genauso viel kostet wie die Home-1-Class. Ne, mein, doch, die kosten genauso viel. Ähm, Akbar soll ja jetzt auch eine 80er haben. Und hier? Komm, öffnen wir mal die Folge mit einem kleinen Bodenbefecht. Spontan hab ich schon wieder gar keine Lust. Ja, ich sehe das und merke, da ist nix. Also das, was da rumlaufen wird, wird Garnison sein. Ach, schau, ja, ähm, 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 ja, also ich muss hier jetzt noch ein bisschen reden, blablabla, blablabla, blablabla. Mir ist nämlich ganz klar, wie das ist aufgefallen. Und die Map kennen wir jetzt so genüge. Ähm, da ich, ich stream ja, ne, live immer. Und, ähm, 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 da wollte ich jetzt nicht hin, sondern hier ins Audio und, 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 und die Musik. Ähm, Livestream können wir nämlich die Musik laufen lassen. Vor allem in der Wii-Mag-Mod, ist es immer sehr schön. Ähm, und hier können wir dann eigentlich noch ein bisschen Imperium vergessen. Hier habe ich, war ich ja auf der Suche nach vorn. Und ich, im Übrigen, habe nicht die dritte Ära übersprungen, sondern hier. Ich habe ihn einfach nicht gefunden, es war zeitlich. Es ist, wir waren ja schon in der Ära 3. Ähm, completed, nix. Äh, hier, Progress, Empire 5. Also 1, 2, 3. Aber ich finde immer noch nicht den vierten. Also einer scheint mir immer noch am Handen zu haben. Obwohl, ich will jetzt hier, Biss weiß, hallo, Biss. Ein bisschen, hast ganz viel Biss. Ach ja, genau, das ist ja. Sind ja immer so. Leicht erklärbare Gefechte, ne? Komisch, oder? Was ist denn? Public Engineering Corporation. Cool. Aufbau hat begonnen. Aufbau läuft. Aufbau läuft. Ähm. Wo ist denn? Ach genau, hier, Wayland. Wayland hat den Planetenvorteil angeblich. Steht hier aber interessanterweise nicht. Wie sieht die Welt aus? Ach, kennen wir auch schon. Könnte ich aber mal machen. Ähm. Konstruktion abgeschlossen. Dass ich da im Prinzip so Camino-mäßig klonen kann. Ähm. Ist ja auch verständlich, wenn man bedenkt, dass da die Sparty-Kloning-Zylinder hocken. Und warum habe ich hier fünf Panzer? Für welche Armee waren die da? Konstruktion abgeschlossen. Hier sind auf jeden Fall meine ganzen T4B-Panzer verreckt. Huuuui. Huuui. Ähm. Ja. Muss auf jeden Fall auch wieder neu bauen. Ähm. Was haben wir mit Antilles? Ich weiß noch nicht. Ich frage, welche auch schneller baut. Hm. Klasse, was sie sagen. Ist Star Defender. Ach so. Nee, da ist die Viscount. Ist ein Star Defender. Äh. Hier heißen die aber immer noch. Einfach nur. Oh. Hier haben die keinen besonderen Namen. Ja, das ist die Endurance. Doch hier. Nee, doch. Star Destroyer. Ähm. Lustigerweise, wenn man sich den Kanan anguckt, von diesen Schiffen. Ähm. Ich finde ja irgendwie die Zeit nach. Weißt du. So bis Episode 5000 Jahre, äh, ruhmreiche Republikan, äh, große Republik. Also die alte Republik. Die bestand ja immer auch, wenn sie jetzt nicht, manchmal nicht die ganze Galaxis umfallen ist. Aber so 1000 Jahre, ne, davor, ne, davor, genau, davor, quasi nicht immer die ganze Galaxis. Und blablibla. Und dann kommt ein Mann hier im Perium und danach ist alles immer kaputt. Weißt du, dann ist, äh, dann hast du jetzt, äh, ja, das ist ja, mit der Rebellion, dann hast du die neue Republik, dann geht die wieder kaputt, dann hast du wieder irgendwas anderes und bla 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 bla. Also irgendwie, hm. Gibt es hier keine richtig friedfertige Rasse? Muss man mal so überlegen. Nee, eigentlich so eine friedfertige Rasse, die aber, das wäre doch, das wäre doch auch cool. So eine mächtige, friedfertige Rasse. Aber ich glaube, das ist irgendwie doch ein bisschen widersprüchlich. Wenn du sagst, ja, sie kloppen sich nicht gern, aber wenn sie kloppen, dann sterben alle. Ähm. Genau, du bist voll. Ja, doch, du bist voll. Ach, genau, wir können ja jetzt neue. Konstruktion abgeschlossen. Jedenfalls hier nicht. Wir können jetzt neue Gleiter bauen. Buh, 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 buh. Ich kann die Gleiter gar nicht mehr aufstocken. Oh Gott. Haben halt keine Waffe gegen ATTs. Passiert. Passiert. Ähm, blubbt. Fahrzeug wird produziert. Und wie viele davon? Truppen werden angeworben. Ähm. Gegnerische Flotte im Anschluss. Wo, 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 stopp, wo? Na. What? Taktisches Gefecht steht gleich bevor. Ähm. Wird interessant. Das ist eigentlich, ne, wo ist Luke? Luke? Da. Das ist eh so ein hellen Dingsbums. Du sitzt eigentlich zu Vetsch. Und du bist... Bei irgendwas... Endurance-Class. Oh. Ne, du, du übernimmst das Oberkommando auf jeden Fall über die neue Flotte. Na ja, dann passt du dich ja schon rein. Und, ähm... Also bei den Endurance-Kreuzern. Äh, oder? Endurance-Kreuzer. Man sagt immer so gern Kreuzer, aber, ähm... Das sind ja eigentlich Träger. Ich sag, ich sag, ich sag, zu viel Schiffen gern Kreuzer. Podance-Kreuzer. Außer Sternenzerstörer. Da klingt das nicht cool. Klingt das irgendwie... Sternenzerstörer-Kreuzer. Einen Satz bereit. Das ist ein glücker Scheiß. Ähm. Und Venator. Ja, manche brauchen einfach keinen Namen, aber so... Ich weiß, ich gebe vier Schiffen gern den Beinamen Kreuzer. Schon unterwegs. Wird unterwegs. Y-Wing-Geschwader hier. Und anscheinend kam in der letzten Folge auch gern mal irgendeine Fraktion, die schon tot ist. Aber das interessiert vor uns während anscheinend nicht. Boah, Alter, so viele Jäger-Abwehrschiffe. Aufrüstung abgeschlossen. Mag nicht. Braucht meine Jäger. Okay, ne, heute beziehungsweise eine Aufnahme, äh, für euch müsste das gestern sein, ne? Gestern war ja wieder Stream, habt auch letztens wieder die Frage bekommen, wann Streams war eigentlich. Ähm, steht aber auch auf Twitch. Twitch, Twitch. Ähm, unten drin. Habe ich keine? Ich habe drei Gun-Jobs. Ich habe keine Jäger- Ich habe eine Union-Kanone. Ja, ach, das ist unser. Schieben wir mal die schweren Kreuzer nach vorne. Alles, was Kanonen hat. Meine Arme, schon, kleine Arbeinbrust-Dregatte. Oder? Ja, es ist auch schön. Ich frage mich auch immer, welche Schiffe gemeint sind, wenn die, äh, von Dreadnoughts in, äh, in vorn's Bench reden. Also, in den, im Buch. Wir haben unsere Laser ausgescheitert. Ähm. Junge. Jawohl, Commander. Eure Befehle? Also, die A-Wings können ja mal hier hinten ein bisschen, na, ich sag die A-Wings, können ja hier hinten ein bisschen klatschen. Die X-Wings können nicht, ah, fegt dich. Machen wir das so. Ich weiß, es wird unglaublich verlustreich. Wir haben jetzt gerade keine andere Möglichkeit, weil wir die einfach durchgebrochen haben. Weil ich nicht schön finde. Das ist keine Schöne mehr. Irgendwo noch ein Nennen. Na, ne, 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 ne. Nee, mach's kaputt. Mach' ihn kaputt. Schalte die ihre Geschütze aus. Du bist zu groß. Ähm, da, Feuer. Erwarte Befehle. Darauf schießen. Darauf schießen. Ach, Schilder. Und Kalavari-Kreuzer. Jetzt machen wir meine Jäger kaputt. Schieß's ab. Du schießt in die falsche Richtung. Boah, du blöde Kacksauch. Wer will einfach nicht. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Hier geht's besser hin. Danke. Ich komme aber noch Schiffe aus dem Hyperraum. Bin aber gar nicht toll. was der kann kann ich schon lange wo sind meine bomber der hock mit einem kreuzfeuer das finde ich jetzt mal gar nicht das war's groß drauf drauf überhaupt nicht erfreut ich möchte doch die ganzen blöden dadurch dass wir halt gute jäger haben sind wir doch jetzt eigentlich mehr in der störe es ist echt so alles irgendwie wir uns hier durch die jäger sollte eigentlich jeder kopf knallen wir sterben schiffe das finde ich gut wo sind die a-wings wir haben hier hinten ein problem wir haben hinten ein problem junger jungen ich werde angegriffen ich war irgendwie drei mit einem nebel das war aus der panikreaktion aber ich wollte eigentlich den anderen zurückziehen naja ich habe keine ahnung wer hat war er sie helden auf den der schlacht gefallen zur verteidigung einer unserer welten und wehrlosen bodentruppen naja nicht es ist hier der traktor wie eben das schön so mit das unnötigste der peter herrte ich will nicht fahren gegen großkampfschöpfer Oh, oh, wird sie sich. Und Approach. Alle meine A-Wings. Flattern richtig sehen. Schleeecht. Fuck, ne. Der kann abhauen. Der kann abhauen. Schlecht. Ganz schlecht. Na, ne Dauntless. Im Prinzip zwei Dauntless, ne Saltfrigger. Ganz schön. Nicht schön. Konstruktion abgeschlossen. Melde mich wie befohlen. Was bist du denn? Neue Korvette. Kommt in die neue Flotte. Ähm. Du. Baust zwei neue Davern. Zwei neue Davern. Ach, das ist auch ein neues Schiff. Und ein paar Davern. Wird hergestellt. Ne, du brauchst dich. Melde mich wie befohlen. Du musst eh noch wieder aufgestockt werden. Genau, wir wollten jetzt mal hier angreifen. Alles hier total ungeschützt. Ähm. Ich, 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 ich erwarte eigentlich, dass irgendwie was bei Ostbestenböden langsam kommt. Unsere Flotten sind ja noch in Produktion. Vor allem unser Sch- Oh. Die Lusankhya ist bereit. Zu Befehl. Du hast gerade einen Kommandant verloren. Konstruktion abgeschlossen. Luke kommt mit. Äh. Äh. Na, die Endurance hatte man da sein. Hier kriegst. Und deine eigene für dich erstellte Flotte. Luke geht so wetsch. Sofort. Büchstein-Yedi kriegst du einfach. Ähm. Ach, genau. Der hat auch keinen Kommandant. Die Flotte hat auch keinen Kommandanten. Zu Befehl. Da sind zwei Stern zur Show. Das ist eigentlich geiler. Eigentlich weitaus geiler. Was brauchen wir dann für die noch einen neuen Kommandanten? Muss eigentlich haaren. Also. Ich glaube, der ist sonst einmal gestorben, oder? Zu Befehl, wie befohlen. Äh. Oh, mein Lea. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Wie, die Geräte? Wo? Moment. Ach, Lea, gar nach Solo. Äh. Nehmt man ja auch mit der Zeit irgendwelche Helden wieder weg? Zum Beispiel. Äh. Senatoren Dingsbums hier. Äh, ne. Ach, hier. Wie hieß denn nochmal? Die, 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 die eine da. Äh, äh, äh. Anführung der Rebellen ja lernt. Ach, mir liegt's auf der Zunge. Kannst jemand bitte rausholen? Boah. Das ist, äh, die, die Dingsbums. Die, die, die Dingsbums. Die Dingsbums. Ähm. T4B bereit. Roger. Die. Mann. Mon Mothma. Genau. So hieß sie. Ähm. Die ist, die ist irgendwie weg. Naja. Ähm. Hallo. Schönes Stück. Guck. Löffter hier. Hehehe. Naja. Also, damit sag ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Gabt euch wohl. Bleibt mir treu. Wir sehen. Tschüss. Watt. Watt.